ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu resident evil 2 und genau wir waren ja beim letzten mal hier in der folge und haben versucht ben zu retten haben den letzten schlüssel benutzt die polizei aber wieder allerdings ja ben konnten wir nicht retten er wurde von einem monströsen kreatur dahin gerichtet wieder gemetzelt und das sah ziemlich krass aus und wir haben jetzt hier den vierten schachstecker gefunden und müssen den jetzt da unten einsetzen alles klar würde ich sagen machen wir das doch einfach dieses vieh was wir da gesehen haben das sah wirklich unbeunruhigend aus das habe ich jetzt einfach mal und die müsste eigentlich noch alles leer sein weil ich habe die spinnen hier komplett platt gemacht genau wunderbar perfekt wie gesagt dieses vieh ist irgendwo jetzt hin keine ahnung wohin und hier sind wir genau richtig aber jetzt bin ich der meinung dass wir uns vorbereiten müssen weil ich glaube auch diese musik habe ich bei mir in der letzten folge gar nicht gehört ich glaube da kommt jetzt was heftiges ach der film der film okay verdammt verdammt der film ja den möchte ich gerne noch entwickeln bevor wir hier weiter gehen verdammt das heißt ich muss noch mal komplett zurück ins revier das habe ich natürlich komplett verkackt beim nächsten mal es tut mir leid wenn wir jetzt hier einen zusätzlichen laufweg haben aber das werde ich dann einfach hinten dran machen machen wir eine längere folge kommt ist ja auch okay das heißt wir müssen noch einmal komplett zurück ins revier oder aber so haben wir noch ein bisschen zeit noch ein bisschen das hier zu bequatschen muss ich hierhin für unsicher ich glaube ja ja wie gesagt ich möchte ich möchte mich dann einfach mal noch mal bei euch bedanken dass sie jetzt zahlreich zuschaut ich finde das echt geil dass resident evil 2 wirklich noch so ein anklang findet auch von einigen einigen kommentarschräubern ich meine gute die grafik ist jetzt nicht die neueste ja aber die atmosphäre von diesem spiel die reißt das doch locker wieder raus ich meine diese musik im hintergrund die ist einfach so erstklassig und genau jetzt sind wir hier wieder im revier und jetzt lauf hier bei zombies rum verdammte kacke ich wusste ja dann dann schieße mir den kopf weg ist mir ist egal kommt dem auch verdammt noch mal so blöder zombie einfach weg einfach weg das ist noch einer verdammte kacke schieß einfach da drauf mach ihn einfach kaputt so ich würde sagen oh gott wir sind im gelben zustand verdammt verdammt ich wusste dass diese zombies hier noch mal wichtig werden man ist so beknackt aber gut so da müssen wir tatsächlich noch mal hier durch das ist so nötig ich hätte doch ich hätte doch den film beim letzten mal entwickeln lassen können ich vollidiot ich vollidiot aber gut aber dann können wir theoretisch noch mal da oben runter rutschen das ist auch witzig macht auch spaß von da oben noch mal runter zu rutschen dann so ich muss nämlich dann noch einmal in diesem speicherraum darauf da oben dahinten und einmal noch mal komplett durchs revier unerwarteter weise ja weil ich möchte ihn unbedingt wissen was auf diesem film da drauf ist ganz klar ich möchte es unbedingt wissen weil ich weiß halt echt nicht mehr was es ist ja weil ich nicht mehr weiß da wäre eine kiste gewesen ich weiß aber lasst uns jetzt erstmal hierhin freunde freunde genau hier an hier ist noch zu ok hier ist noch zu hier ist sicher alles klar einmal schnell schnellen schritt hier durch sind wir jetzt schon da nein immer noch nicht nach hier waren die hände hier waren die hände hat der effekt kommt aber irgendwie nur einmal habe ich das gefühl ja gut alles klar der muss ja auch nicht immer kommen das wäre auch irgendwann langweilig wenn der immer kommen würde da sehen wir schon so lion film entwickeln mensch ist aber schnell hier mit dieser keilen mucke und ist klar ich will wissen was auf diesem film hier ist mensch was haben wir denn da film bo das sind zombie abgebildet vor der vor der schneiderei arukas sakura rückwärts geschrie interessant rückbildung in einen zombie innerhalb von zwei stunden das zielobjekt klagte wiederholt über große schmerzen der epidermis außerdem heftige übelkeit bis zu dem zeitpunkt zu dem das ziel objekt das bewusstsein verlor bild von ben bertolucci krass innerhalb von zwei stunden also aha okay gut das ist natürlich schon heftig brauche ich irgendwas aus der kiste ne eigentlich nicht gut das ist eigentlich schon krass muss ich sagen wartet mal wie komme ich denn jetzt am schnellsten wieder runter der weg ist auch lang aber ich glaube das geht schneller ja gehen wir hier hoch kommt gehen wir hier hoch ich glaube der weg hier ist schneller und ja wie gesagt ich wollte nochmal bei euch danke sagen einfach dass ihr dieses spiel auch mit hintergrundwissen füllt ich meine dieses hintergrundwissen habe ich einfach nicht aber mit euren tipps ich meine das ist ja echt grandios und das macht das spiel doch auch viel informativer und auch noch nochmal interessanter als es eh schon ist und ja ich nehme jetzt nach wie vor an diesem sonntagabend auf hier wenn mittlerweile viertel nach elf und ich müsste eigentlich morgen arbeiten ich weiß was heißt eigentlich muss man arbeiten deswegen mache ich auch heute nicht mehr so lange das ist jetzt die letzte folge hier ich heute mache wohin shop nach rechts ja das ist die letzte folge und danach werde ich auch direkt pennen gehen ich glaube ich bin auch ein bisschen müde schon aber das sind die will 1 da kann man nicht einschlafen bei 2 meine ich da kann man nicht einschlafen bei so jetzt sind wir wieder hier ich glaube der andere weg wäre genauso lang gewesen ist jetzt egal gehen wir einfach noch mal da hoch und ja wie gesagt diese ganze die ganze überarbeitung und so werde ich dann morgen machen es kann sein dass dann am montag es ist blödsinn wenn ich euch das jetzt schon erzähle es kann sein dass am montag also gestern die folge später hoch kommt so weil ich habe jetzt heute echt keinen nerv mehr die audio bearbeitung zu machen weil es ist bei mir immer so nach der aufnahme werde ich das auto immer manuell bearbeiten so wir können hier runter rutschen genau und das dauert immer eine zeit lang deshalb so gut dass das noch funktioniert wir sind wieder im keller hier rum wir sind hier genau richtig alles klar können wir wieder runter hier gut es kann sein dass der weg doch ein bisschen schneller war und dieser eine zombie der lebt jetzt da oben noch aber mein gott ich lasse ihn halt leben was soll ich ihn da töten wenn wir hier eh nicht mehr zurückkommen so weiter runter klettern hier und ich glaube jetzt geht es ab wir haben uns jetzt den film angeguckt und jetzt kannst du hier echt weiter gehen alles klar weil ich glaube halt auch das was jetzt hier kommt ist noch nicht so schwer oder ich nehme vorsichtshalve eine heilung mit kommt ich bin mir echt nicht sicher mehr wie viel wie schwer das jetzt war was hier kommt deshalb ja nehmt ihr noch eine heilung mit lion wir haben ja genug schaut euch das an wir haben ja genug so dann weiter hier los wir müssen ins klärwerk ins klärwerk das als verbindungsweg zu umbrellas einrichtung dient oh mein gott gut alles klar dann gucken wir mal was hier hinter ist was ist jetzt hier oh genau wie geht was ist das bitte es kotzt kleine kleine parasiten raus oh mein gott ja es ist ein kleiner end boss hier tatsächlich so dann schießt drauf lion schieß einfach drauf schieß einfach drauf diese kleinen dinger da kann ok lad nach bisschen zeit sparen ah ok diese kleinen dinger die können mich nämlich ganz übel zurichten aber das geht noch ja freunde einfach ja schieß weiter drauf es hält ganz schön viel aus das ding äh der ist mir jetzt ein bisschen zu nah hier ja oh gott äh bin ich jetzt hier tot oder was ne oh gott orange ja der zieht ganz schön viel muni muss ich sagen was ist denn jetzt hier los mit dem ah er stirbt ok oh fuck oh fuck nein oh gott scheiße oh fuck sie sind tot der erste game over screen blödes drecksding gut freunde wir sehen uns da gleich wieder so hier bin ich wieder wieder orange aber so ich nehme jetzt meine heilung hier und gehe jetzt direkt hier raus dieses scheiß ding hier so da bringt es mich echt zum sterben das ist ja wohl nicht wahr i get this will so es stirbt das ding stirbt okay ah diese kleinen drecksdinger ne grün pfff okay alles klar ist das ein ekliges Teil was ist das zum Teufel und warum stirbt es nicht schau euch das an das ist richtig eklig ich glaube das ist dieser arm von diesem monströsen Vieh das wir da gesehen haben okay das gefällt mir nicht was passiert denn wenn wir raus und wieder reingehen oh es hat ganz schön viel schrotmutti geschluckt muss ich sagen das Vieh ich weiß nicht ob es da besser gewesen wäre wenn wir die Magnum genommen hätten aber seht ihr jetzt ist es weg oh wunderbar da sind wir echt mal gestorben an dem Ding echt krass zum Glück hatte ich da vorher noch ein Safeset irgendwo gemacht dass ich nicht mehr ganz so viel nachspielen musste oh mein Gott okay so Leute wir haben den Schachstecker eingesetzt und wir können jetzt hier durch diese extrem geschützte Tür ach du scheiße Kanalisation oder was ja ähm Klärwerk okay das ist jetzt richtig widerlich oh Katzi na klar Aida geht zu ihr Leon hm 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 ach das war das alles das war so schrecklich und schrecklich das zombeer sind überall nicht zu sagen das Ding das hat Ben ich war da Leon ich weiß ich weiß ach Aida als officer es mein Job für dich aber wir werden nicht durch das Leben wenn wir nicht zusammenarbeiten okay ok ok all right we'll do this your way now ah ja Leon das hast du sehr gut sehr gut gesagt ähm Aida warum haust du uns immer ab das kann ja wohl nicht sein deswegen laufe ich jetzt durch dich durch ah ne geht gar nicht ok oh man Freunde Klärwerk mit unsichtbarem Wasser eine Filtermaschine warte ich will hier gar nicht rein Klärwerk und Kanalisation ist immer so so ein Mist na gut ok aber gehen wir halt Aida bleibt jetzt bei uns schaut mal wie sie sich angucken die Mücken da oben so wo sind wir denn jetzt hier komplett neuer Bereich ne oh Gott Kanalisation D1 ok da wird das Wasser reingeströmt hier ist scheinbar gar nichts was es zieht kalt herein ok was haben wir hier hier können wir hoch ok blaue Kräuter kann ich jetzt eigentlich überhaupt nicht gebrauchen war hier nicht noch ein Weg ne das war der einzige Weg ok Aida bleibt oben bleib oben Aida ach verdammt dann schiebe ich sie halt mal zur Seite weg soll ich die mitnehmen ja komm nimm die mit ich mein vielleicht kann man sie gebrauchen ich weiß es nicht vielleicht sind ja hier noch Spinnen so jetzt guckt euch nicht immer so verliebt an hier ja Leon du hast ziemlich viel Scheiße mitgemacht ich weiß aber oh oh Gott sei Dank ein Speicherraum Freunde ein Gerät zur Regulierung der Wasserqualität oh yes 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 Farbband zwei Stück ok weißt du was Leon Speicher mal ab einfach mal so zum Stil des Spiels hier so Leon A 04 Kontroll R 2 ok wird eigentlich auch zusammen geschrieben Kontrollraum ok alles gleich den Magnum haha ne 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 ähm den Magnum brauchen wir nicht diese ganzen blauen Kräuter brauchen wir eigentlich auch nie im Leben naja gut ich glaube wir werden das hier brauchen haha deswegen werde ich das jetzt einfach mal mitnehmen so aber sonst passt das doch noch wir haben noch zwei Heilung Sprays dann hier nochmal zwei Vollheilungen das passt doch das passt doch lad die Shotgunguni nach aber auch nicht mehr ganz so viel von ne 16 Schuss 28 Schuss von der normalen Bumme ok da liegt was auf dem Tisch Leon Fax des Klärwerkmanagers Belegungsliste für die angeschlossene Einrichtung am Mittwoch 1. und am jeweils 1. und 3. Mittwoch jedes Monats wird die Wartungschefin Angelica Margaret die Einrichtung benutzen achten sie darauf den Feuchtigkeitsgewalt der Luft zu senken indem sie den Ventilator einschalten denn die Ausrichtung die sie benutzen ist sehr empfindlich gegen Wasserdampf am 28. jeden Monat wird der Chemiespediteur Don Weller die Einrichtung benutzen die Chemikalien die er transportiert sind extrem flüchtig daher sollten sie auch mit extremer Vorsicht während des ganzen Transports behandelt werden am 6. und 16. jeden Monat besucht der Polizeichef Brian Irons die Einrichtung um an den regelmäßigen Treffen teilzunehmen die in ihren Labors stattfinden ja Irons also er ist definitiv mit drin ok am 4. Freitag jedes zweiten Monat wird William Birkin in der Einrichtung ein Trainingsseminar für die Chicagoer Außenstelle von Umbrella Incorporate abhalten da die Wahrscheinlichkeit eines Angriffes auf Dr. Birkin sehr hoch sein wird ergreifen sie alle erdenklichen Maßnahmen zum Schutz seines Lebens oh ok der Typ steht also unter Generalverdacht ok interessant über alle anderen möglichen Besucher und ihre jeweiligen Ankunftszeiten werden sie rechtzeitig schon unterrichtet bringen sie diese Person sicher an ihren Zielort wir erwarten von ihnen wie immer nur das Beste Charles Coleman Stabsekretär Umbrella Hauptquartier oh man die haben ja alle hier mit Umbrella irgendwie gearbeitet selbst der Klärwerk Manager naja gut oh Muni cool 30 Schuss nicht schlecht oh hier ist ein Schrank was ist das denn hier mit dem Schrank kann man den verschieben? tatsächlich oh mein Gott äh was haben wir denn hier jetzt gerade entdeckt ein Türo zum Lagerhaus kann sie öffnen? ja mach mal was zur hä? was ist das denn jetzt hier? wollen sie die Leiter runter klettern? ja was ist das denn jetzt hier? äh häh oh das kenn ich ja noch gar nicht was ist das denn? ok ok eine Spiritus Lampe ist es noch reiflich Brennstoff vorhanden so Licht angemacht oh das ist mag nun Patronen sehr schön haben wir hier noch was? Lagerraum das hört sich mir eigentlich so an wie Munition hier ist aber kein Zombie drin es ist zu dunkel um irgendwas zu erkennen hier sollte eigentlich auch eine Lampe sein genau das da ne? eine Spiritus Lampe da ist auch noch Brennstoff vorhanden ok ja hier tropft es warum tropft es hier? pfff Shotgun Muni perfekt dann können wir hier auch mal ein bisschen auffüllen ne sehr gut sonst irgendwas? ne aber nochmal so ein versteckter Bereich hier ey cool richtig richtig geil ok das haben wir dann auch mitgenommen sehr schön wunderbar dann kletter wieder rauf dann muss ich mal die Magnum Muni nochmal ablegen das war natürlich jetzt cool ja hi Ada wir waren kurz weg hast du uns vermisst? ich glaub nicht so die Magnum Muni ach ich hab noch gar keine Marken ok so soll ich einen Applaus mitnehmen? ne ich bin mal mutig so ich bin mal mutig alles klar gut Ada komm wir müssen hier raus gibt es hier vorne noch irgendwas? oh erste Hilfe Spray einfach mal so in den Schrank ja ok dann lege ich das auch nochmal ab sorry Ada du musst ein bisschen warten Item Management angesorgt äh Heilungsspray nehme ich nicht mit ich würde die gerne aufsparen ich weiß zwar nicht warum aber ist alles so ok alles klar Freunde dann würde ich mal sagen gehen wir jetzt mal hier wieder auf diesen rostigen Fahrstuhl alles klar so dann jo sind wir jetzt hier oh Katzin wer ist das denn? AIDA 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 wow Leon that woman was I have to talk to her ach der arme Leon oh gut er hat durch den Schock der Schussverletzung das Bewusstsein verloren die Wunde scheint aber nicht tödlich zu sein lass ihn einfach liegen wir spielen wieder Ada das ist so cool echt wir spielen wieder Ada alles klar dann gehen wir mal dieser Frau danach ja perfekt wir spielen wieder Ada alles klar dann jo würde ich mal sagen oh da ist eine Karte eine Kanalisation Karte mitnehmen ja klar mitgenommen Gucken wir uns das mal an hier um Himmels Willen what das ist aber verwirrend das ist aber echt scheiße verwirrend ah gut okay gut gehen wir der Frau nach gut da hinten rennt sie also hin da sind Spinnen man hört es ja schau dir ein wie diese Kuscheltier Stapfer ach Freunde so was haben wir hier ist es zu dunkel von um zu erkennen was da drin ist alles klar was haben wir hier ach du scheiße Er hält etwas fest. Das brauche ich jetzt im Moment nicht. Ach du Scheiße. Oh, Gottes Willen. Schau euch das mal an. Das sind so... Was sind so SWAT-Menschen oder was? Spezialkommando. Krass. Richtig krass. Okay. Weil da, wo die Spinnen sind, will ich erstmal nicht hin. Nein. Nein, wir gehen der Frau nach. Am Ende der Leiter sehen Sie einen Lüftungsschlitz. Raufklettern, Eder. Ja, mach mal. Bin ich mal gespannt jetzt. Was sich da auf der anderen Seite verwirrt. Wäh! Ach du Scheiße. Oh, ist das widerlich. Oh, lauf schnell durch. Das ist ja ekelig. So, Kiefer. Kletter runter, Eder. Oh, los. Igitt. Bäh. So. Was ist jetzt hier mit der Frau? Gibt's hier irgendwo? Ja, okay. Oh Gott. Okay, Katzi. Wir haben sie gefunden. Oh Gott. Oh Gott. mit dem Kopf, wenn ich nicht falsch bin. Identifiz dich selbst. Ada? Ada Wong. Ada Wong. Ich habe den Namen vorher schon gehört. Jetzt erinnere ich mich. Ein von den Menschen aus Chicago, die in der T-Virus gekommen ist, hat seine Freundin benutzt. Ada und John, glaube ich. Wie bist du? Wer bist du? Annette Birken. Mein Mann ist der Mann für die Kreation des T-Virus. William Birken. Was? John ist tot. Er wurde einer von diesen Zombieren. Meine Schuldigungen. Und obwohl ich das nicht regrette, wird du ihn bald wiederholen. Ich werde niemanden aus dem T-Virus entfernen. G-Virus? Er ist die Möglichkeit, zu entwickeln den ultimierten Bio-Weapon. Sein Potenzial ist noch größer, als der T-Virus. Dann muss das sein, dass die Kreation in der Polizei ist... Precis. Mein Mann, William. Und es ist alles Umbrella's fault. Niemand von diesem würde passieren, wenn sie nicht versucht, seine Forschung von ihm zu entfernen. Oh, geile Filmszenen, Freunde. Hier. Es ist die Perfektion. Mein liebster G-Virus. Kein Mensch wird dich von mir aus. Da ist er. Da ist er. Du bist endlich gekommen. Doktor. Wir sind hier, um den G-Virus zu holen. Entschuldigung. Aber ich werde einfach nicht überlegen, meine Leidenschaft. Doktor! Du kannst die Sample. Das ist alles gut. Okay, gehen wir weg. Das ist alles gut. Oh, mein. Hold on, darling. Ich nehme die Wunde zuerst. Bleib hier. Alpha Team, haben Sie die Sample noch nicht? Affirmative. Wir werden in der Runde für eine Minute. Roger. Sie sagen mir, dass er das G-Virus in seinem eigenen Körper hat? Das G-Virus hat die Möglichkeit, zu revitalisieren Funktionen cellulär. Was ist das? Was ist das? Was ist falsch? Wir schauen uns das. Da! Schau mal! Das, du blöchst! Ich... Ich stoppe es! Was ist das? Musik Mischung Schau mal! Kass Sie Was ist das? Fingern? Drei Fingern? Das ist das? Das ist das ein? Gutes So, die Rats waren die Gehäuern des Virus. Als Grund des Virus-induttes Gehäuern, William sollte es verloren haben, wie ein Mensch. Das ist jetzt nicht möglich. Ansonsten, jeder G-Virus-Bio-Wepon, auch Moin, hat die Möglichkeit, die Embryos in andere Kreaturen zu implantieren. Und kreieren einen Gehirn. Nein. Wie schade. Ach, Ada. Du bist so eine taffe Frau. Boah, Freunde. Das war mein lieblings Cutscene in Resident Evil 2. Richtig, richtig krass, oder? Diese Filmszene. Ich meine, wie geil die einfach war. Wie geil die einfach war. Okay. Ja, wir haben einiges erfahren. Diese Dame hier, die ist tatsächlich Annette. Von der wir schon gelesen haben. Und genau, die Frau von William. Dieser William, wie wir in der Katzin gesehen haben, hat den G-Virus quasi erfunden und Ambräler wollte den G-Virus haben. Aber er hat es nicht zugelassen. Sieht aus wie eine Art Buch. Das brauche ich jetzt im Moment nicht. Oh, was ist das denn da? Er hält etwas fest. Okay, alles für Leon. Okay. Und ja, da wollte Ann-Virus sich das halt mit einem Spezial-Sonderkommando zurückholen. Aber er hat sich dann den G-Virus selber gespritzt. Sozusagen. Und, äh, naja. Uncool, was er da gemacht hat. Ich kletter mal die Leiter runter. Ähm. Ja. Das ist halt, äh. Er wollte halt nicht, dass er Umbrella seinen G-Virus klaut, ne? Was ist da? Pff, okay. Ada? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Oh, ho, ho, ho. Schaut euch mal Leon an, Freunde. Mit der Schusswunde. Pah. Okay, krass. Ach, heftig. Ja, gut, okay. Ähm, jedenfalls, ja, also, William hat sich den G-Virus selber gespritzt. Und er selber ist dieses monströse Vieh, was wir da schon in den letzten Folgen gesehen haben. Und das ist ziemlich heftig, finde ich. Diese Spinnen hier. Ähm, das ist ziemlich heftig, wie ich finde. Nee, die machen ja eigentlich nichts, ne? Die kann ich eigentlich auch sein lassen. Aber, ich will die hier weghaben. Ich will die hier weghaben, die Spinnen. Ähm, also, wie gesagt, ziemlich krasser Storyfetzen. War klar, dass der nicht trifft. So, jetzt aber. Genau. Genau. Boah, sind die schnell. Und die spucken hier irgendwas. Die sind verdammt schnell, die Dringer. Bams hier. Bams, wunderbar. So, okay. Ähm, hier dreht sich jetzt was. Äh, jetzt kommen wir hier nämlich nicht hoch. Das ist das Problem, ne? Na ja, Gott, okay. Ähm, ja, Freunde, wie gesagt, also, William hat sich das Zeug selber gespritzt. Und jetzt wissen wir auch, was hier abgegangen ist mit diesen ganzen, äh, was? Was? Es ist so dunkel, um zu erkennen, was da drin ist. Ja, ähm, hier gibt es mehrere Einschusslöcher. Ja, genau, jetzt wissen wir auch, was hier passiert ist, ey. Oh mein Gott. Gut, vorhin, ähm, richtig geil, aber wir sind Umbrella echt auf der Spur hier. Und, ähm, ja, wie es hier dann weitergeht, liebe Folge, würde ich sagen, sehen wir da beim nächsten Mal. Die Folge ist leider voll. Und, ähm, ja, da würde ich mal sagen, ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke, Leute, würde ich mich sehr freuen. Und, ähm, wie es hier weitergeht, auf die Veda beim nächsten Mal befreien, ähm, sehen wir auch beim nächsten Mal. Und, ja, dann würde ich sagen, würde ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.